Herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Heute haben wir den dritten... Hallo, 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 hallo. Jasmin ist auch mit dabei. Wir haben heute den dritten Blutmond. Ja, wir den verkacken werden. Ja, wir werden voll verkacken werden. Auf ganz hohen Niveau. Den werden wir aber auf oberste Klasse versemmeln. Ähm, haben wir noch... Ja, zum Blutmond mache ich vielleicht doch mal die Tür hinter mir zu. Haben wir noch Pflasterstein? Äh, es wäre... Möglicherweise, also ich will es nicht beschwören, aber es wäre vielleicht von Vorteil... Geht das von drinnen? Wenn der Steg zumindest aus Pflasterstein bestehen würde. Jetzt habe ich die Kacke hier noch... Ganz hinten komme ich nicht hin. Ach, für den letzten muss ich wieder den großen Weg außen rum gehen. Was ist denn? Ging das immer 10 vor los oder Punkt 10? Ah, ist schon da oder was? Hast du schon Munition? Ja, 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 ja. Habe ich mir schon stibitzt aus deiner tollen Kiste. Oh, 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 essen. Essen wäre doch ganz gut. Äh... Achso, unten sind die Feuerpfeile. Musst du dir gleich nochmal holen. Hier hast du... Einmal die, guck mal. Äh, Eisenpfeile, ja. Und da musst du unten mal gucken, da sind noch Feuerpfeile. In der Werkbank oder wo? Ja. Also nicht viele, ich konnte nicht viele machen. Äh, Pfeile, wenn du wechselst deine Pfeile, ne? Von Stein zu Eisen oder so mit R. Ja, nee, ich will ja nicht wechseln. Ah, okay. Ich habe sie für dich jetzt gegeben. Oh, scheiße. Warte, ich muss erst mal noch mehr was reinballern hier. Ich habe es schon gehört. Ja, ich auch. Sie laufen. Ah, nein! Okay, ähm. Oh, geil. Aber der steckt die anderen nicht an, ne? Macht das mehr Damage? Okay. Okay, ich sollte vielleicht auch so Waffe wechseln. So, der läuft nicht mehr. Aber es ist schon viel angenehmer, wenn man sich auch so ein Schmein-Radius konzentrieren kann. Oh, ich bin mal lieber auf den Kopf, wa? Ich gehe mal einmal nach oben. Das ist doof hier mit deinen blöden Huppeln. Wieso? Die kommen ja alle her. Ja, irgendwie hat das in der letzten Staffel besser funktioniert. Da waren die unfähiger. Nee, du warst weiter am Weg gehabt. Das ist jetzt, glaube ich, so dicht. Meinst du? Ja. Da waren wir viel weiter weg von denen. Okay. Okay. Die Fläche kannst du nicht anzünden. Ach, der war schon tot. Komme ich damit von hier zurecht? Das ist natürlich nicht so toll. Die machen, äh, die Treppe auf der einen Seite kaputt. Okay. Okay. Er will fliehen. Schnell Jasmin, schnapp ihn dir. Ist irgendwo noch ein Vogel, aber ich seh ihn nicht. Aber warum macht der mir nicht oben alles kaputt, ey? Nee, hab ich, hab ich. Ich bin Ruben. Ach so, ich dachte, du stehst die ganze Zeit neben mir. Samo. Also ich muss schon sagen, bis jetzt stehen wir gar nicht so schlecht da. Sag das nicht so laut. Der hat aber nicht lange gebrannt. So, dann haben wir noch die guten Eisenpfeile. Oh, da brennt er wieder. Ach da. Oh, ich muss einmal essen. Oh, mein Sturmgewehr ist gleich kaputt. Scheiße, ey. Okay, mein Sturmgewehr ist kaputt. Ich hab keinen Reparaturkett. Jetzt mach ich nur noch Assisten. Ja, ich komm mal runter. Die Schrot muss ich ein bisschen dicht da ran. Wir haben auch keine Reparaturketts mehr unten, ne? Ich hab hier noch eins. Aber ich weiß nicht, wie das ist. Scheiße, die machen den Turm kaputt. Welchen Turm? Äh, dem, wo die hochgehen. Oh, ich muss auch nachladen. Oh, ich weiß nicht, wie das ist. Er versucht, hier hochzuhopfen. Der Schlingel. Oh, hey. Die Springer sind am geilsten. Er hat nicht geschafft, hier hochzukommen. Wie die Grashüpfer. Als wenn du durch so eine Wiese läufst. Was ist denn, Rocker? Ja, er steht auf dem... ...kleinen hier. Wow. Plus ist es hin. Achterieg. Guck mal eben, ob wir noch in der Fahrrad rückgetan haben. Keine Lacht. Nö. Okay. Ich sammle mal jetzt nicht mehr alles zusammen. Den mache ich eben hauptsächlich Assist. Alter, da fliegen aber die Köpfe, ey, Junge. Oh, ich... Nein, siehst du. Glühbürmchen. Glühbürmchen. Oh, Polizist. Scheiße, hier ist offen. Oh, scheiße. Ja. Warte, ich lade nach. Ja, warte. Auf was soll ich warten? Nein, ich meine nur, ich lade nach. Äh. Aber wie konnte das jetzt mit dem Politiker passieren hier? Der hat dagegen gespuckt. Äh, aber du brauchst dafür dein Ding nur ein Rohr zum reparieren. Für meine AK? So, ich, ja. Die brauche ich, äh... Aber weißt du, weißt du, ich muss was nicht tun. Jetzt komme ich ja nicht durch. Jetzt liegt hier dieser blöde Brocken genau im Weg. Äh, wir haben noch, wir haben noch, wir haben noch. Ist die Stufe 3 das Beste? Ist doch geil, Jungs. Ja. Mann, ey, du haust einfach ab, oder was, ey? Ey, sag dich mal Bescheid, wenn du weg bist. Ich bin weg. Ich bin wieder da. Ja, weil ich immer nicht war... Alter. Wegen dem Polizisten. Ah, nein! Ah, nein! Ich bin, ich bin noch kurz ein Stück weg. Ja, mach gar nichts, von uns, von uns, von uns, von uns. Ah. Mann, das war jetzt aber ungünstig. So, meine Munition ist gleich leer. Ey, oh! Oh, scheiße. Geil! Wo kommt der schon wieder her? Wo war der denn schon wieder? Ja. Ich weiß es nicht. Oh, nein. Ja. Äh, mehr als nah. Ey, yo, ich bin gleich weg hier. Diesmal verkacken wir, ich bin gleich tot. Yo, ciao! Oh, nein. Erste Mal verloren. Ich komm nicht hoch. Oh, nein. Ich fand die Brücke, war auch viel zu dicht dran, diesmal als vor uns, letztmal. Was ist denn jetzt mal ein verdammtes Maschinegewehr? Äh, hier. Oh, das tut mir so leid, dass du gestorben bist. Viel schlimmer ist, dass die hier alle in meiner Bude sind. Ja, und ich bin gleich wieder tot. Ja, macht's gut. Ich kann hier gar nichts mehr machen. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, meine ganze Bude, ey. Oh, nein. Ich sterbe auch. Ich sterbe auch. Das kann nicht. Ach, schweil. Wir haben es echt verkackt. Also, komplett. Wir haben es wirklich verkackt. Mensch, ja, sei ruhig. Oh, nein. Geil. Ich bin draußen gespawnt. Ja, ich auch. Nö, also, wenn ich jetzt von vorne anfahren muss. Hä, warum bin ich denn jetzt nicht bei meinem Rucksack? Kannst du gerade sagen, ey. Naja. Okay. Also, das, äh, ja. Das ist ziemlich deprimierend jetzt gelaufen. Oh, ich war mir diesmal, war ich mir viel sicherer als letztes Mal. Nee, ich wusste, dass wir verkacken, weil die immer stärker werden. Ja, aber ich dachte jetzt, wir können endlich vernünftig konzentriert in eine Richtung ballern. Ja, wenn der spuckt, ist klar, dass das irgendwann kaputt geht, ey. Wenn wir das hier vielleicht im Beton aufwerten sollen. Der muss viel weiter weg hier. Der ist viel zu dicht. Ja. Das erste Mal verkackt. Ja. Das ist echt ernüchternd. Alles kaputt. Alles, was hier... ...was abgekriegt. Oh, das tut mir so leid für uns alle. Das haben wir voll verkackt. Müssen wir mal schauen, dass wir, ähm... ...bei dir alles auf Beton auch aufwerten. Ich möchte jetzt mal Reparatur-Kits. Aber das Getrommel hört gar nicht auf, ne? Ah. Äh, Eisen-Klebeband. Jetzt brauchen wir nochmal 11 Kleber. Die kann ich jetzt gerade gar nicht reinsetzen. ...reinsetzen. So. So. Du... Äh... Achso, ne. Klebeband brauche ich ja erstmal. Klebeband. So. Okay. 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 Oh, ist das deprimierend. Erstmal im Blutmund verkackt. Ja, ich muss mal ein bisschen was abändern. Hm. Hm. Da mach ich dann auch mal elf Stück von, ne? Mhm. Das ist alles unten. Tut, tut. Militärfetzen haben wir noch gar nicht, ne? Weil es aussieht wie blaues Klebeband. Glaub nicht. Ne. Haben wir noch? Haben wir noch. Junge, Junge, Junge. Stimmung voll angeschlagen. Keiner redet mehr. Alle geknickt. Ja gut, ist ärgerlich, aber wir versuchen mal wieder ein bisschen, ein bisschen gute Laune zu kriegen, ne Jasmin? Hm. Ich mein, morgen ist noch ein Tag, ne? Hm. So. Ähm. Einmal aussodieren. Da kommt wieder Werkzeug rein. Das kommt auch mit raus. Okay. Mollys von hier im Tunnel. Da. 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 Oha, hallo. Wann das Rotes gerade draußen? Ne, kenn ich nicht, was ist das? Ähm, da ist doch so ein Typ. Ey, was war denn das eben? Ist das doof? Ach, meine Maus. Äh, dann steht da so ein Typ an der Warenannahme oder Ausgabe und sowas. Und sagt, hallo? Ja, was denn? Ey, ich hab mal ne Frage. Ja? Muss ich jetzt hierbleiben oder kann ich jetzt nach Hause? Ne, du musst hierbleiben heute Nacht. Oha. Muss ich mal nicht, wenn ich das finde, zeige ich dir, das war so geil, ey, wie der das sagt so. Oha. Ne, das kenn ich nicht. Ne, der ist voll cool. Ha, der ist so lustig. So. Haben die oben vier kaputt gemacht? Ne. Oben ist tatsächlich nicht viel kaputt. Irgendwie müssen wir hier Stacheldraht und so noch rauf machen. Stachel? Gibt es Stacheldraht? Nein, gibt doch gar kein Stacheldraht. Na, egal. Das muss ich erst mal überlegen. Mehr geht nicht. So, ich stelle jetzt mal Zement her, damit wir das hier auf Beton aufwerten können bei dir, ne? So habe ich nämlich gar kein Zement mehr. Oh. Ah, da ist kein Stein drin, ne? Oh, drüben ist ja auch noch ein bisschen Baustelle. Es ist echt, ey, krass jetzt hier gewesen mit den Polizisten. Aber irgendwas müssen wir uns hier einfallen lassen. Das muss auf jeden Fall irgendwie anders hier. Ja, das hat mir jetzt auch nicht so gefallen, wie das abgelaufen ist. Das muss weiter nach hinten. Dann kommen die auch nicht so schnell hierher, weißt du? So ein, ein mehr Abstand, sagst du? Ja, ja, weil bei uns, wo wir drüben, wo wir das erste Mal hatten, da waren die weiter weg, viel weiter weg. Da hatten die gar nicht so eine kurze Strecke. Okay, warte mal. Machen wir hier ein Skopi Schappe und dreh den mal um 360 Degrees. Aber die waren nur bei uns, oder? Die waren jetzt hier nirgendwo anders mehr, oder? Nö, nö. Da an dem Loch auch nicht. Okay, cool. So, ich bin jetzt entfernt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, sechs Abstand, ne? Ich glaube, so war das letztes Mal auch. Ja, die hatten mehr Abstand auf jeden Fall letztes Mal. Das war diesmal zu wenig. Man kann es ja mal probieren. Was ist eigentlich auch mal cool zu sehen, wenn man so stirbt, wie das weitergeht. Weil wir sind ja noch nie gestorben eigentlich. Nee, beim Blutmund noch nicht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass der Blutmund damit direkt zu Ende ist. Naja, wenn du tot bist, bist du tot. Ich konnte nochmal wiederkommen. Ja, ja, weil ich gelebt habe, glaube ich. Aber danach waren wir beide tot. Kann das sein? Ja, ich bin auch nochmal gestorben. Also, die haben überall hier gegengeschlagen. Das hat die nicht beeindruckt. Warum? Weil du es gemacht hast. Ne, ich meine, warum haben die da wieder gegengeschlagen hier? Ich habe doch extra die Treppen so gebaut, dass die nach Möglichkeit... Gut, die sind ja trotzdem reingekommen, ne? Hier ist was kaputt gegangen. Ne, die konnten ja auch nicht ranspringen, weil ich habe denen ja Löcher gebaut. Äh? Na drüben, in dem anderen Haus. Ach so, ach so, ja. Ja, da war auch nicht so viel los. Diesmal. Ja. Ja, ne? Juhu, dann machen wir hier... Ich mache hier mal die Treppe wieder vollständig. So. Und diesmal vielleicht auch Stein. Ach, da ist ja auch ein Loch drin. Warum ist diese Musik noch so komisch? Ist nur nicht viel Ruhe. Ja. Ja, na, 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 na. Ist das schon mal... Du, 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 du... Ah. Okay. Das Fehlern lernt man, ne, Jasmin? Ja. Auch wir werden diesmal dazu lernen. Meinst du? Ich bin felsenfest davon überzeugt. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, ne. Ach, du bist das. Wollte gerade sagen, was ist das für ein Geräusch? Habe ich die hier breiter gemacht? Oh, eine Kartoffelpflanze haben sie mir kaputt gemacht. Oh, Katsache. Oh. Gerade Kartoffeln brauche ich, ey. Okay. Okay. So, erstmal die Schlachtbund hier aufwerten, ne. Das, was die kaputt gemacht haben. So. Hier hinten so gut wie gar nichts. Okay, und Beton habe ich noch nicht. Ähm. Naja. Man kann nicht immer gerne, ne? Doch. Das Spiel wird jetzt deinstalliert und neu installiert. Hm. Und dann fangen wir von ganz vorne an, Jasmin. Ich dachte eben schon, ey. Wo ich draußen gespockt, also, ähm, wieder da war, dachte ich erst, ich muss von ganz vorne wieder anfangen, ey. Dann hätte ich aber nicht nochmal gespielt. Das Spiel hat sich zurückgesetzt. Oh, das wäre mies. Stell dir mal vor, wenn du beim Blutmund stirbst, setzt sich das Spiel zurück. Das wäre schon, oh, das wäre hart. Dachte ich erst, aber war nicht so. So, zumindest schon mal. Ich möchte zumindest schon mal so viel Beton herstellen, dass wir bei dir vorne das nicht vergessen aufzuwerten. Äh, ich finde das Problem ist, dass das voll viel, ähm, Brauch kostet. Ja. So. Na, kommt wieder zurück. Ähm. Guck mal bitte, ob du, wo bist du? Hier. Guck mal bitte, ob du das schon hast und das schon hast. Hab ich, hab ich. Okay, dann Händlerkiste. Äh. Pflasterstein, Lehm. Äh, hä? Ach da. Äh, ich glaube, meine Wenigkeit müsste wieder abbauen gehen, ne? Wir brauchen auch mehr Schmelzöfen. Ich brauche auch auf Chemiestatienbronze und ich brauche gleich Stein. Ich habe jetzt meinen ganzen Stein aufgebraucht für meine Pflastern hier. Damit jetzt alles aus Stein ist. Ich habe eine Idee. Die wäre. Äh, ich baue mir noch eine Schmiede für Zement. So, und Klebeband, das habe ich nicht. Muss ich auch wieder herstellen. Äh, eins, zwei, drei. So. Oh, Gott sei Dank ist diese Musik weg. Wo ist mein krasser Bass? Boah, das war ja crazy, ey. Muss ich sagen. Das hat mir leicht die Sprache verschlagen. Das war ziemlicher Schmerz, die Runde. Muss ich jetzt ehrlich mal zugeben. Ja. Also, ich war schon sehr extrem geknickt. Ich auch, weil es meine Bude ist. Ne, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und ich hatte das irgendwie im Gefühl, dass wir es nicht schaffen. Hättest du nicht ein anderes Gefühl haben können, hätten wir gewonnen? Jasmin. Ist alles deine Schuld. Deine Schuld, Alter. Nein, aber deine. Nein, deine. Ist deine Schuld. Naja, zumindest wollten die jetzt hier nicht mehr rein. Ja, immerhin etwas, ne? Kampfhaft. Ja. Ne, wie lange haben wir jetzt schon? Oh, Gott. Was denn? Deine Chemiestation braucht 100 geschmiedetes Eisen. Gehen wir doch hin, oder nicht? Wir haben doch Eisen. Ne, hier haben wir gar nicht gegengehauen diesmal. Weißt du? Wir haben doch Eisen. Nicht geschmiedetes Eisen. Ja, aber musst du. Ja, ja, ist in der Mache. Achso, mach's dann. Ja, ja. Drei Kochtöpfe, die haben wir ja auch. Fünf Flaschen Säure. Säure haben wir auch genug. Ja. Naja, genug ist relativ, aber wir haben's. Geh weg. Ähm. Hier ist auch noch Munition drin. Aber nicht viel. Das ist ja nüscht, ey. Ja, okay, ey. Das war ne Kack-Runde. Naja. Ja. Ach. Wollt grad sagen, was denn jetzt? Ich musste mein Auge jucken. Kratzen. Mein Auge hat gejuckt, ich musste es kratzen, so. Ich musste mein Auge jucken. Ha, 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 ha. Ah. Oh. Aber dann käme ich nur von der Rückseite ran, ne? Ja, Stein hab ich gar nicht mehr, das muss ich denn noch holen. Oh, mein Auge. Ach, Jasmin, bitte. Ja, was juckt denn noch alles bei dir? Das ist ja wieder eine Hüte, ja. Oh, schade. Ich hätt's gern gespiegelt. Na ja, na ja, alles wunderbar. Oh, Mann, ey, na ja. Manchmal ist was so. Ja, gut. Steht man nicht hinter. Ja, das erste Mal. Steht man nicht hinter? Was? Was denn für eine Redenswendung? Macht man doch so, oder? Nee. Steht man nicht hinter? Steckt man nicht drin eigentlich, aber gut. Steht man nicht hinter? Ja, bin ich. Nein! Ich wollte doch, ich wollte doch, ach Mensch, ich wollte doch. Du bist ja doof. Ja. Habt das gesehen. Aber was? Oh. Da oben. Hier ist ja noch gar keiner. Hier ist ja noch gar nicht aufgewertet gewesen. So geht's wieder von voran los, nicht? Äh, ich kann den. Kann ich den. Brauch ich Eisen für. Das werten wir noch schnell auf hier. So. Wir wollten wohl nach oben, ey. Ja. Gut. Also, trauriges Ergebnis, ne? Motiviert und positiv, mental positiv eingestimmt bis auf Jasmin. Ein komisches Ding da unten ist noch an. Aber leider haben wir gescheitert. Sind wir gescheitert. Oh Gott, der ist nicht. Ja, ja. Es hat mir den Rest gegeben. Ich kann nicht mehr, Jasmin. Ich bin mental am Boden zerstört. Dein Roboter ist noch an. Reif auf den Roboter, der hat den Dreck gemacht, die Runde. Ja, der steht da auch ein bisschen doof. Ja, er hat es verdient, da doof zu stehen. So, wir werden morgen auf jeden Fall die Basis aufwerten, erweitern, die neue Basis bauen. Seid gerne mit dabei und vielleicht, möglicherweise, sind wir an Tag 28 besser aufgestellt. Ob es so ist oder nicht, werden wir beim nächsten Mal sehen. Das ist beim nächsten Blutmond. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.